Ja, mein Name ist Christian Herrmann vom Weingut Dr. Herrmann, Inhaber des Weinguts. Wir bewirtschaften unsere Weinberge in den Steillagen Irzig, Erden, Lösnig und Kinnheim, Brauneberg und Piesport. Zusammen 15 Hektar, mit meiner Frau Julia zusammen. Und ich mache das seit 2001, die Historie unseres Weinguts. Wir haben eine Tradition von 450 Jahren im Weinbau von meiner Oma her. Eine geborene Christoffel aus Irzig. Mein Opa kam an die Mosel und hat dann das Weingut gesplittet in 1974. Und ja, heute heißt es dann nur noch Weingut Dr. Herrmann, nicht mal Dr. Herrmann Christoffel. Und wir stehen hier in der Erdener Herzlei. Einer unserer Aushängeschilder, bis zu 120 Jahre wurzelechte Reben. Und hier entsteht immer jedes Jahr unsere Spätlese-Goldkapsel Alte Reben, die sehr elegant, finessenreich und sehr schieferwürzig daherkommt. Und hier steht jetzt ein paarache Jahre. Untertitelung des ZDF, 2020